Der Blinde am Straßenrand. Ein Wunder, das Jesus tat. Jesus verließ gerade eine Stadt und viele Menschen gingen mit ihm. Vor der Stadt saß ein blinder Mann. Er hatte davon gehört, dass Jesus gerade da war und schrie deshalb die ganze Zeit, Jesus, hilf mir! Viele Leute, die mit Jesus unterwegs waren, sagten ihm, er solle leise sein. Doch davon ließ er sich nicht beeindrucken, im Gegenteil. Er schrie nur noch lauter, Jesus, hilf mir! Da rief Jesus dem blinden Mann zu sich. Er fragte ihn, was willst du? Ich möchte sehen können, antwortete er. Da heilte ihn Jesus mit den Worten, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte der Mann wieder sehen. Er war überglücklich und schloss sich Jesus an.